Willkommen liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wir spielen gerade Episode 3, Ein langer Weg hieß es glaube ich. Und ja, wir sollen den Leuten hier gestehen, was wir vor der ganzen Sache gemacht haben. Also, dass wir halt jemanden getötet haben, bevor die ganze Beißer-Geschichte anfing. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mit Ben an, beziehungsweise machen bei ihm weiter. Okay, ziemlich, ziemlich, ziemlich nervös hat ihn das gemacht. Äh, wir reden weiter. Wie ist die wach gewesen? Wirst du öfters in Macon? Äh, ja. Hahaha. Fail. Okay. Gut, okay, dann fragen wir ihn jetzt mal über die Taschenlampe ein wenig aus. Okay. Okay. Hm, ja, ganz normal, ganz normal. Hm, naja, er führt die Wache durch, das könnte vielleicht auch bedeuten, dass er es vielleicht war. Gut. Gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn eigentlich noch? Ich meine... Hier haben wir die Glasscherben. Was zum Teufel? Hm. Hm, der macht sich gut, der Kleine. Ich hoffe nicht, dass das Kleine war. Ja. Fragen wir mal Kleine, ob sie jemanden, die, ähm, Kreide ausgedient hat oder so. Ich meine, da hinten kommen wir eh nicht durch. Hier ist auch nix. Gehen wir mal zu Kleine. Hm. Aha. Ja. Das ist süß. Okay, dann schauen wir mal. Wollen wir da mal hoffen? Okay, ich hatte ihn ja, glaube ich, schon gefragt, ob er die Taschenlappe kaputt gemacht hat. Das sieht doof aus. Ich geh mal raus. Ähm. Ah, nee, ich dachte, ich könnte es wieder zumachen, weil es halt so ein bisschen sicherer ist. Gut, okay, dann nochmal. Dann lassen wir das eben auf. Ich guck mal, ob wir hier irgendwas... Genau, das waren ja die Banditen. Da kommen wir nicht lang. Hier können wir nichts machen. Aha. Mal schauen, wo das hinführt, oder? Oh, oh. Unsere Vorräte. Aha. Huh. Son of a bitch. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a great on the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us. Oh, oh. Who the fuck is that? We've got our people out there. Oh, nein. We're fucking around. What do we do? Oh, shit. They're gonna start kicking indoors any second. What the hell are you? Stall them. What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Scheiße. Scheiße. Ja. Oh, Clem. Stop putting your boot to these doors! Yeah! Hold it, asshole! Take it easy. Why are you doing this? Just leave us the fuck alone! Why? This fucking gun. Why? Because we got her! That's why! What would it take to reach her? About twice as much as you've been giving us. You got it. Done. Is that so? Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hands. Man, shut up or- Crash! Oh, shit! Oh, shit! Wade White. Oh, shit! I don't know how to tricks. And when I screw on those 문zer, why would I put them into the rv shell while I am taking a lot off? Missed Clem Nein 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 Cool. Boah, das ist so cool. Oh, Madovan. Ich muss mich mal kurz muten. Oh, Madovan. Ich will es nicht, aber ich mag es nicht. Ich mag es nicht, wo es geht. Schau mir in die Augen und sag mir, dass du nichts zu tun hast. Lilly, lege ihn aus. Ich... Was ist da da? Ich habe etwas gesehen. Wir müssen uns zu stoppen. Okay, dann können wir das jetzt mit dem. Oh je, oh je. Die ist angepisst, aber sowas von. Okay, und der Beißer lebt noch. Das ist ein bisschen zu schlafen. Aber es gibt ein Walker. In dem Wasser ist ein Walker. Gott. Alle, deine Augen zu schlafen. We müssen dich nicht nur schlafen. Wir müssen zu hören, was jeder denkt. Ich denke, du musst es auszalte. Ich werde das nicht nehmen. Du kannst mich überbauen, aber du kannst mich überbauen. Ich bin echt sorry, wenn du das fühlst. Ich bin wirklich zu denken, dass es das beide von dir war. Es ist gar nicht so, dass es Carly war. mit jemandem anderen. Es könnte sogar jemand sein, dass jemand in unsere Kamm war. Das ist schrecklich. Das ist das, was du denkst? Ja. Okay, gut, dann. Kenny? Ich weiß nicht. Fuck! Just stop, würdest du? Na ja, deine Verte gilt für dich und Katja. Wir brauchen nicht alle diese Verte. Was muss ich für dich, um mich zu vertrauen? Ich werde alles tun! Ich werde Watchers für Monate. Ha, du wirst. Ich werde mehr Essen, mehr Medizin, alles. Ich werde alles verletzen. Ich kann das sehen. Wir brauchen noch mehr Evidenz, als das? F*** Evidenz! Stopt, ihn zu tun! Shut up, Carly! Ich habe genug von dir gehört. Kenny? Was wird das sein? Just gimme einen Moment! Dann? Du hast, bis dieser Walker ist mitgebracht, zu sagen, es war sie, und nicht du! Stopp das, du ihn tut! Nein! Stopp! Das ist über Vertrauen, und ich habe dich nie vertraut. Verdammt. Oh-oh. 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 Was ist für dich das? Nein Das hätte sie nicht machen dürfen Das hätte sie nicht machen dürfen Boah scheiße Das hätte sie nicht machen können Das hätte sie nicht machen können Er wurde gebissen Ja Jetzt dürfen wir einem kleinen Mädchen sagen, was mit ihrem Spielkameraden passiert ist Toll, sehr schön Ja, was sich schon alles durchgemacht hat Und wird angesehen Hmm Oh Gott Oh Gott Mann, 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 Mann Ja Ja, was jetzt? Was zum Teufel Oh Gott Hab ich mich erschrocken Mann, Mann, Mann Unglaublich Unglaublich, unglaublich Und da ist der Zug Und da ist der Zug Ja, vielleicht Ja, vielleicht Und da ist der Zug Und da ist der Zug Und da ist der Zug Ja, dann sind wir mal gespannt Und Wir werden auf jeden Fall hier Ja, ich bin gespannt Wie es in der nächsten Folge weitergehen wird Und ja, wir sehen uns dann In der nächsten Folge Danke fürs Zuschauen Und bis dann Tschüss